Wo war der? Der ist von rechts gekommen. Wo du gesagt hast, da geradeaus... Ja gut, kack doch. Zwei Barbie. Mich hat ein scheiß Gäffer schossen oder was? So ein Vollidiot. Wo kam er denn her? Dieser hirnverbrannte Trottel. Dikobratz, Junge. Dikobratz ist zwar ein Reiter. Ne, wir haben uns auch dagegen entschieden. Also wir haben auch gesagt, wir essen zwar ein bisschen weniger Fleisch, nicht so viel, weißt du? Aber dafür dann vernünftiges, ne? Du sagst es. So, da sind wir doch. Alter Schwede. Erstmal Haker eingesetzt hier. Hm. Wir müssten eigentlich dahinter. Glaub ich, weiß gar nicht genau, wo wir sind. Nicht, dass ich jetzt hier eine Mine reinlatsche. Ach, hier sind wir. Okay, ich weiß nicht, wo wir sind. Mh, da müssen wir hier. Ich brauche das Ding durch. Bist du gerannt? Na ja, hinter dir her, ne? Ja. Okay. Okay. Ich brauche das Ding. Ich brauche das Ding. Wir können auch versuchtsen. Ich brauche das Ding. Ah, ich brauche das Ding. Ich brauche das Ding. Ich brauche das Ding. Das ist, was ich planiert. Es ist nicht so stabil, aber ich glaube es müde. renn hier schnell raus ja ich komme daher da kommt was also was du willst du umlegen das sagt auch bescheid das ging nicht er hat mich gesehen ach so naja dann bitte informationen weil ich bin ich weiß ja nicht was ich machen soll dann das ist nicht gut deswegen ja dann ich schieße jetzt oder irgendwas dass ich sitze ich bin tot da ist noch ein zweiter der würde zur leiche gehen ja Vielen Dank. Vielen Dank. Kommen wir nicht über den scheiß Zaun? Kommen wir nicht über den Scheiß. 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 Kommen wir nicht über den Scheiß.